Durch das Objektiv. P-Desperation hinter der Kamera. Pflichtbewusst quillt Hochzeitsfotograf Arvid sich mit seiner extrem vollen Blase herum. Dabei ahnt er nicht, dass die Kesselblondine Emma in die gesamte Zeit beobachtet und sich sehr darum bemüht, seinen längst überfälligen WC-Besuch hinauszuzuhören. Erotisiert von seiner Pinkelnot lässt sie all ihre Hemmungen fallen. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr